Na alle zusammen, mich hier ist wieder Heutjela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Virale Vernichtung und für dieses Achievement müsst ihr Dr. Ecos im Seuchensturz auf den Fähigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem ihr zwei instabile Seuchenbomben zerstört habt. Als allererstes haut ihr mal sämtlichen Trash hier um und dann müsst ihr lostigern und diese Pottiche präparieren. Und schwar ist da so eine lila Tinktur auf einem Tisch immer daneben. Die klickt ihr an und die könnt ihr dann einmal reinschmeißen in jeden dieser Pottiche. Übrigens, ihr habt 40 Sekunden Cooldown, dass ihr das Zeug anklicken könnt, warum auch immer. Also es muss dann tatsächlich immer ein anderer Spieler machen oder ihr wartet halt ewig, bis ihr das alles präpariert habt. Sobald alle vier Brunnen mit lila Flüssigkeit gefüllt sind und auch so komisch brodeln, müsst ihr dann einfach den Boss pullen und ganz normal erstmal runterspielen. Jetzt ist es so, dass der Boss ja so ein Zeug in diese Pottiche schmeißt, dann kommt ein Ad raus, das explodiert, das muss man im Normalfall umhauen. Das passiert jetzt auch, bloß ist das Ad halt jetzt nicht mehr grün, sondern lila, weil ihr diese Flüssigkeit reingeschmissen habt und ihr müsst jetzt zwei von diesen lila Mobs zerstören, die heißen nämlich jetzt instabile Seuchenbombe. Kleine Information am Rande, der Cast von der instabilen Seuchenbombe ist wesentlich schneller als der von der normalen, also heißt, ihr müsst da ein bisschen fixer drauf switchen. Wenn ihr das mit halbwegs gutem Gier im Mythic Plus Null macht, ist es aber dennoch überhaupt kein Stress, die schnell zu töten. Das war es eigentlich soweit vom Achievement. Jetzt müsst ihr nur noch den Boss töten und ihr habt das eingeheimst. Wie gesagt, zwei Ads müsst ihr halt vorher umbrezen. Also zu schnell dürft ihr ihn halt auch nicht töten. Am Rande soll hier noch erwähnt werden, es gibt ja noch ein zweites Achievement, wo ihr bei jedem Boss hier in der Instanz quasi einen Stack von 10 Schleim-Debuffs holen müsst, also euch hier in den Schleim stellen. Das könnt ihr nebenbei auch noch mitmachen, nachdem ihr die instabilen Seuchenbomben getötet habt. Das werden wir aber uns nochmal an anderer Stelle anschauen. Für das Achievement-Video soll es das jetzt dann gewesen sein. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 .